Hallo YouTube, hier ist wieder euer Papa E. Und heute mit dem Weihnachtsspezial. Es geht um die Audio-Bibliothek bei YouTube. YouTube bietet Videotools zum Selberbearbeiten, unter anderem einige hundert, wenn nicht tausend, freie Musiktitel, die ihr für eure Videos verwenden könnt. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt die Startseite von YouTube vor euch und geht am oberen Rand in den Videomanager. Hier wird euch nach mehr oder weniger langer Zeit der Videomanager angezeigt. Jetzt geht ihr runter, ganz unten in der linken Leiste auf Videotools. Und dort öffnen sich zwei Möglichkeiten. Audiobibliothek vorangeklickt und Videoeditor. Jetzt könnt ihr auf Audiobibliothek drücken. Ich versuche das hier mal exemplarisch mit zwei Titeln. Wenn der Doppelstrich erscheint, sollte eigentlich Musik zu hören sein. Ist aber nicht. Warum? Ja, das hat folgende einfache Bewandtnis. Ihr geht in den Videoeditor. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Video von euren eigenen Videos auf das Videobearbeitungsfenster zu ziehen. Und dieses wird nun oben im Kontrollmonitor angezeigt. Darunter könnt ihr ein Lautsprechersymbol sehen. Und hinter diesem Lautsprechersymbol ist derzeit ein X. Dieses X entfernt ihr durch Anklicken. Jetzt wechselt ihr wieder in die Audiobibliothek. Wartet, bis die Anzeige erscheint. Und drückt einfach mal auf den ersten Titel hier. Reasons to Smile. Gründe zum Lächeln. Die habt ihr jetzt genug. Und ihr seht, es hört sich schön an. Viel Erfolg beim Umsetzen und hoffe, ihr habt wieder viel gelernt. Frohe Weihnachten. Euer Papa E.